Ob Designer, Hobbybastler, Techniker oder Student, sogenannte Fablabs, zu deutsch et der Fabrikationslabors, ermöglichen jedem den freien Zugang zu digitalen Produktionsmaschinen. Diesen Herbst eröffnet nun auch in Salzburg das erste Fablab Westösterreichs, das Happy Lab. Wir bieten die Infrastruktur, dass Leute vorbeischauen können, um ihre Projekte, ihre Ideen zu verwirklichen. Also Infrastruktur bedeutet vor allem Raum und Maschinen. Wir bieten CNC-Fräse, Laserkutter, 3D-Drucker, Elektronikwerkstatt und Schneidplatter und auch eine allgemeine Werkstatt an. Die digitale Produktion physischer Fabrikate gewinnt immer mehr an Bedeutung. Experten sprechen gar von der nächsten industriellen Revolution durch die Do-it-yourself-Kultur und die sogenannte Maker-Bewegung. Die Maker-Bewegung ist gekennzeichnet dadurch, dass man jetzt schön langsam die Möglichkeit hat, seine Ideen mit diesen neuartigen Maschinen wie 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse usw. einfach selbst umzusetzen. Und da gibt es irrsinnig viel kreatives Potenzial und Ideen, die eben jetzt dadurch, dass man den Zugang zu den Maschinen einfach hat, jetzt umgesetzt werden. Die offizielle Eröffnung des Happy Lab Salzburg findet am 3. Oktober ab 15 Uhr im Kellergeschoss des Techno 5 im Techno Z in Itzling statt.